Musik 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 Wir können da vier Loks nicht ausreichen, wenn ich jetzt allein mein zweites da hochziehe. Scheiße seid ihr eigentlich. Ich hab noch fast alle... meinen ganzen Tank fast noch voll, ey. Und kommen hab ich niemals mehr Laufen. Der fährt jetzt erst in den Tunnel rein. Scheiße. Okay, der Zug ist echt scheiße, Mann. Ich kann das jetzt abmessen, am nächsten Signal, dann kann ich es eigentlich abmessen. Der Sprung ist einfach zu krass, ey. Dann gibt's aber noch die Aussicht hier. Die da. Weil die macht ja extrem viel Spaß. Weil wir ja so schnell sind. Und draußen ist die Feuerwehr. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, oder ich geb nur mal einen drauf. Und zieht dafür, wo die Hand kommt. Und zieht dafür, wo die Pompse kommt. Das geht gar nicht. Oh, ist doch alles scheiße. Ich komm's. Ich komm mit 25 miles per hour da hoch. Ach, Schiieee, oh. Oh, die Scheiße. Boah, das langweils mich ja so. Einfach zu langsam. Guckst du dir an, wie langsam wieder wuchtet? 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 Nichts Neues. Oh, der Hinterteil. Ich tue nicht. Der ist jetzt an der Ampel angelangt. Nein, an dem Signal. Ah, warte, steht da. Die Steigung 1,9%. Kann das sein? Das kann schon sein. Weil ich sonst nicht wüsste, für was die Prozentanzeige sein sollte. Was ist denn das? Was sind das da für Ansichten? Auch die gehen hier gar nicht. Langweilig. Das ist interessant. Ja, gut. Freie Kamera. Und damit kann ich den Zug nicht steuern. Nein! Nein! Oh, die Scheiße! Meine Güte! Fuck! Ich hatte den Motor. Ich hatte den Motor. Ich hatte den Motor. ausgemacht. Weil ich es kann, ja? trabalhar. Ja. Er kommt geblaschend. Jetzt zieht er wieder. Okay, jetzt weiß ich auch schon, wo die Tab vara steht. Es geht So, wieder zurücklehnen. Oh, ich weiß, ich brauche irgendwas. Nun machen die da so einen Riesensprung von 25% auf 38%. Was soll denn der Kack da eigentlich? Scheiße. Bucato spielt gewiss mit. So, so. So, jetzt bin ich gespannt, ob die 1,9% gleich weggehen. Weil wir eigentlich auf der... Finde ich ja so hoch. Oder geht da der Pult schon einfach nicht weit, weil wir sind schon bei der schon von 26. Das kann man auch sein. Aber das liegt da die Infine, oder? Oder? Nö. Er drückt, ja. Oh, ne. Die Schwindigkeit überschreiten. Haltu. Oh, ich weiß, hier gibt's ja gar nichts. Ach, da oben ist das... Oh, ne, scheiße. Hey, ohne Scheiße. Du kennt mich nicht mehr. Der hat mir immer etwas in die Gäls geschrieben, aber ich weiß noch nicht mehr so. Glückwunsch! Da oben ist das Straße! Der sind Brücke! Oh Gott, Zivilisation.